Gibt es bei Let's Dance etwa ein geheimes Paar, das zumindest behaupteten nun die Pochers? Let's Dance gibt ein Paar, das nicht bekannt ist. Bei Let's Dance hat schon das ein oder andere Paar zusammengefunden. Wir erinnern uns an Liebesgeschichten wie die von Rebecca Mir, 31. Und Massimo Sinato, 42, oder an Christina Luft, 33, und Luca Henni, 28, die während der Show beteuerten, nur Freunde zu sein und hinterher ein Paar wurden. Das kürzlich erst in sein gemeinsames Haus eingezogen ist. Nun deuteten Oliver, 45, und Amira Pocher, 30, an. Dass es in der Reihe an Let's Dance Pärchen noch ein weiteres geben könnte, von dem aber niemand weiß. Die Gerüchteküche läuft heiß, doch wer nun an Ekaterina Leonowa, 36, und Timon Krause, 28, denken muss, irrt womöglich. Wenn gleich die beiden nach der diesjährigen Staffel im Fokus der Spekulationen stehen, so würde es wohl kaum einen überraschen. Wenn die beiden sich tatsächlich als Paar outen würden. Doch laut den Pochers soll es eins geben, das niemand vermuten würde. In ihrem Podcast Die Pochers hier, ließ Amira verlauten. Da gibt es auch noch eins, das nicht bekannt ist. Let's Dance. Da haben sich schon einige Leute gefunden. Oha, Namen wollte Amira dann aber nicht nennen. Olli mischte sich ebenfalls ein und erklärte, dass er das alles andere als verwunderlich findet. Von seiner eigenen Erfahrung, als Amira selbst an der Show teilnahm, berichtete er. Du weißt doch, wie es ist. Wir waren beide da. Weder du noch ich haben in diesem legendären Hotel geschlafen, wo alle immer untergebracht sind. Die Anreisen. Ich kann nur sagen, wenn diese Wände sprechen könnten, dann hätten die einige Geschichten zu erzählen. Das ist Fakt. Dann wurde er noch deutlicher. Wenn diese Gerüchte kommen, muss man im Prinzip schon sagen, dass da schon sehr oft das eine oder andere dran ist. Die Moderatorin stimmte ihm zu. Ja, da haben sich schon einige Leute gefunden, was auch so nicht rauskam. Wen sie damit nur meint?